Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind immer noch auf dem Weg zu... ja... Oh, die Stücke. Ich kann gar nicht weiter scrollen. Also hier runter müssen wir. Also es ist hoch auf die Brücke und dann darüber. Da gehen wir jetzt auch hin. Ist aber leider schon dunkel. Jetzt muss ich leider echt voll aufpassen. Ich muss gucken, wie ich da hoch komme. Da hoch muss ich. Irgendwie gab's dann... Das sieht doch gut aus. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Oh! 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 Was ist das? Ich habe Zink getroffen. Zuerst wollte er nicht reden. Doch als ich erzählte, was ich mit Rais gemacht hatte, waren die Retter bereit, mir zu helfen. Sie bringen mich in Sektor Null. Oh, schauen, wie es weitergeht. Bin immer noch ein bisschen leid, weil das etwas erklärt hat. Tut mir leid. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. So, jetzt mal gucken. Ich bin dein Reiseleiter. Was du es auch, der Jade geholfen hat? Wem? Kommt von hier. Dunkle Haare, hübsch. Darf es auftreten? Kann sein. Wir fragen nicht immer nach dem Namen. Was ist los? Ich feiere die Spiele ja, das ist der Hammer. Nur ist er selten dazu, das mal zu spielen. Ich glaube, die zweite Session ist jetzt aufgenommen. Und ich möchte mich hier mal erstmal bedanken für eure Geduld. Wenn jemand ein Teil zu spät kommt, danke dafür. Ich will natürlich weitermachen, ist ja klar. So. Gut. Ab hier bist du auf dich allein gestellt. Der Weg ist markiert. Und wir stehen per Funk in Verbindung. Bei mehreren Vergnügen. Kriege ich das? Achso, ich habe ja eins. Einer nach dem anderen. Und er dort geht das Erste. Aber wir warten schon viel länger als er. Nicht meine Entscheidung. Wartet hier. Tut mir leid, guys. Was höre ich da jetzt herein aus? Okay, ich kann jetzt hier gar nichts mehr sehen. Okay, da habe ich eine Kanalisation. Da lang tauchen. Da ist mir ein Fehler. Da lang weiß ich nicht. Achso, keine Ahnung. Ist das der Kasse? Wow. Okay. 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 dass es ist im schöner nicht muss aussehen ok das ist ein tunnel also jedesmal es weiter geht so viel neues hier weg ist ja markiert aber der ein oder andere infizierte könnte auftauchen ist doch kein problem oder ach ich hab getreten vor und hier oben die willig gut ist keine motion doppelläufige auch schön ich hätte glaub da drauf weiter balancieren sollen das weiß ich nicht ich schieße das nicht da gucke ich da ein bisschen hoch eine oder andere das ist das ist das ist das ist hier ist Ich muss meine kaputte Befäde nehmen. Bleibst du liegen? Nein, du bist nicht. Ich brauche es jetzt nur... Wo muss ich hin? Shit. Muss ich hoch? Oh, du bist zu hoch. Da ist zu. Da ist zu. Komisch. Okay, da ist... Ich seh's. Okay, da ist... Ich seh's. Ich bin viel mehr. Ich kann mich nicht mehr verrucks. Ich sage keinen Schmerz des GegensGHzels. Ich traf mich auf. ... Was ist denn noch einer? Wo ist denn los? Das Geräusch ist so geil. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.